Sherlock Holmes Untot Gelesen von Gerd Köster Einen Mann auf seinem letzten Gang zu begleiten, gehört in der Regel nicht zu den Aufgaben eines Detektivs. Und doch begab es sich an jenem kalten Dezembermorgen, dass mein Freund Holmes und ich die kalten, trostlosen Hallen des Newgate-Gefängnisses betraten, um eben dies zu tun. Der Kontrast zwischen der belebten Straße mit all den geschäftigen Menschen und dem düsteren Innern des Gefängnisses war bereits für gestandene Männer wie uns schwer zu ertragen. Wie sehr mussten die Ödnis, die Entbehrung und die schlechten Zustände des alten Gebäudes da auf die Inhaftierten wirken? Andererseits komme ich nicht umhin zu erwähnen, dass es die Häftlinge verdient hatten. Einer wie der andere, Mörder, Diebe und sonstiges Gesindel gehörten hinter Schloss und Riegel, und schon Publilius Syrus wusste, dass derjenigen den Guten schadet, der die Schlechten schont. Bonus, Nozet, Quiz, Quiz, Perpezerit, Malis Nach diesem Wahrspruch lebte mein Freund Sherlock Holmes. Wann immer es in seiner Macht stand, führte er schlechte Menschen der verdienten Gerechtigkeit zu. Die Hinrichtung von Leroy Bonny war ein solcher Akt der Gerechtigkeit. Ich berichtete von seiner abscheulichen Tat bereits im Zuge des mysteriösen Todes eines Politikers, denn kein anderer als Bonny war es gewesen, der den armen Mr. Winterbloom erdolcht hatte. Der Drahtzieher des Mordes, ein gewisser Mr. Van Horn, war dem Galgen entkommen. Dank seiner deutschen Abstammung hatte sich das Kaiserreich für ihn eingesetzt. Ob es für ihn besser war, bis ans Ende seines Lebens in Newgate eingekerkert zu sein, sei dahingestellt. Der Gefängnisdirektor selbst geleitete uns zum Galgen. Der Henker an jenem Tag hieß James Billington. Wie alle seine Kollegen war auch er freischaffend. Manche von ihnen gingen einer weiteren regulären Beschäftigung nach, andere zogen durchs Land und boten ihre Dienste jedem Gefängnis an, das Hinrichtungen ausführte. Einige reisten hierzu sogar nach Irland. Billington galt als Nachfolger von James Barry in der Rolle des Chef-Hankers von Großbritannien und Irland. Ein gut gewachsener, kräftiger Mann mit wachen Augen und kühlem Verstand. Wir kannten einander von verschiedenen Begebenheiten und so war es nicht erstaunlich, dass er meine Hand ergriff und mich persönlich begrüßte. Schließlich blieb sein Blick an Holmes hängen. »So lerne ich jenen Detektiv kennen, der mir einige Kundschaft beschert hat. Es ist mir eine Freude.« Holmes ergriff die dargebotene Hand und zollte dem Mann mit wenigen Worten Respekt für seine noble, gleichwohl schauerliche Arbeit. Die Konversation kam zum Erliegen, denn die Uhr des Gefängnisses schlug neun. In London begannen Hinrichtungen stets zu dieser Uhrzeit, eine Tradition seit vielen Jahrhunderten. Aus dem Flur vor dem Galgen erklangen Laute, Schritte, Kommandos und das Klirren von Ketten. Kurz darauf wurde Bonnie in den engen Raum geführt. Die Wachen sorgten dafür, dass er auf der Falltüre zu stehen kam, ehe sie sich zurückzogen. Ein Geistlicher gesellte sich zu uns, ebenso der diensthabende Arzt. Auch ihn kannte ich gut, sodass wir einander freundlich zunickten. Ich nahm an, dass er mich im Anschluss zu einem kleinen Plausch laden würde. Bonnie blickte auf uns nieder. Noch hatte ihm Billington nicht die weiße Mütze übergestreift, sodass wir seinen ängstlichen, gleichwohl höhnischen Blick sehen konnten. Da ist er ja, der große Holmes, rief Bonnie, während der Geistliche ein leises Gebet anstimmte. Glaubt nicht, ich werde so einfach sterben. Oh nein, Holmes, so einfach ist das nicht. Er schwieg, als ihm Billington erst die Kappe, dann den Strick überstreifte und die Schlinge am Nacken zusammenzog. Ich komme wieder, Holmes, fuhr er anschließend fort. Ich komme wieder und dann... Die Falltür klappte auf, Bonnie fiel in die Tiefe und ein lautes Knacken war zu hören, als das Genick des Delinquenten brach. Beben durchliefen den sterbenden Leib, ehe er zur Ruhe kam. Minuten vergingen, ehe der Leichnam abgenommen wurde und der Gefängnisarzt den Tod feststellte. Offenbar, so ließ sich Holmes nun vernehmen, und es waren die ersten Worte seit der Hinrichtung, die er sprach, wird Mr. Bonnie nicht zurückkehren. Sein Tod war dank der vorzüglichen Arbeit von Mr. Billington eben doch ganz einfach. Die nächsten beiden Wochen vergingen, ohne dass sich etwas zutrug. Ja, fast schon schien es, als habe sich das Verbrechen in Londons Straßen und Häusern ebenfalls zur vorweihnachtlichen Ruhe begeben. Einladungen für die kommenden Feiertage trafen ein, Vorbereitungen mussten getroffen und Geschenke besorgt werden. Umso erstaunter war ich, als ich wenige Tage vor Weihnachten die Räume in der Baker Street 221 B betrat und dort nicht nur Holmes vorfand, sondern auch eine ältere, grauhaarige Dame, die in ihren Händen ein feuchtes Taschentuch drückte. Ihre Wangen waren ebenso gerötet wie ihre Augen, ihre Stimme klang leise und schwach. Ach, mein lieber Watson, Sie könnten kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen, rief mein Freund kaum, dass er mich wahrgenommen hatte. Kommen Sie, kommen Sie und nehmen Sie Platz. Mrs. Hudson bringt Tee. Ich nickte ihm zu. In der Tat hatte die gute Seele des Hauses bereits versprochen, mich entsprechend zu bewirten. Dies hier, mein lieber Freund, ist Mrs. Lefebvre, stellte mir Holmes seine Besucherin vor. Sie suchte mich auf, da ihr weder die Polizei noch ihr Hausarzt helfen können, wie sie mir versicherte. Anschließend blickte er Mrs. Lefebvre an. Bitte haben Sie die Güte, noch einmal zu berichten. Mr. Watson hier ist Arzt und kann Ihren Fall sicherlich von medizinischer Sicht beurteilen. Die Dame nickte, wartete aber, bis Mrs. Hudson Tee und Gebäck serviert hatte, ehe sie mit ihrer Geschichte begann. Mein Mann Paul Lefebvre starb vor einigen Tagen. Er erlitt einen Herzanfall in seinem Arbeitszimmer. Unsere Bedienstete hörte seinen verzweifelten Todeskampf. Helfen konnte sie ihm jedoch nicht mehr. Auch unser sofort herbeigerufener Hausarzt vermochte nur noch, den Tod festzustellen. Tränen rannen über Mrs. Lefebvres Wangen, während sie dies sagte. Ihre Stimme klang nun noch brüchiger. Wir waren dreißig Jahre lang verheiratet und nun, da er die Früchte seiner Arbeit hätte genießen können, starb er. Er fuhr sie schluchzend fort. Mein Beileid, Mrs. Lefebvre, es tut mir sehr leid, dies zu hören, kondolierte ich ihr. War Ihr Mann bereits krank gewesen? Sie schüttelte den Kopf. Fahren Sie fort, Mrs. Lefebvre, bat Holmes. Noch weiß Mr. Watson nicht, was sich in der folgenden Zeit ereignete. Wir begruben meinen Mann am Freitag letzter Woche. Es war eine kleine, bescheidene Feier. Drei Tage lang ruhte er in seinem Grab, aber dann... Sie wurde von heftigem Schluchzen geschüttelt. Aber dann hakte ich nach. Als ich den Friedhof betrat, fuhr sie nach einigen Sekunden fort, traute ich meinen Augen nicht, denn das Grab war aufgewühlt worden und der Sarg aufgebrochen und mein Mann fehlte. Er fehlte, hakte ich nach. Jemand hat den Leichnam ihres Mannes gestohlen? Mrs. Lefebvre schluchzte laut. Das dachte ich auch, aber gestern stand mein Mann vor dem Salonfenster und starrte zu uns hinein. Unser Mädchen sah ihn zuerst, sie stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Auch ich erblickte ihn. Er stand dort in seinem Leichenhemd und starrte uns entgegen. Dann wandte er sich um und ging davon. Erstaunt ließ ich die Tasse mit Tee sinken. Gewisses kam hin und wieder vor, dass Gräber geschändet und Leichen entwendet wurden, obwohl es inzwischen Gesetze gab, die eine Sezierung von Leichen zu schulischen Zwecken gestattete, gab es doch einen gewissen Bedarf an Leichen. Zumal nicht jeder, der sich für die Anatomie interessierte, tatsächlich an einer Universität studierte. In der Regel verschwanden solche Leichen und tauchten irgendwann wieder auf, manchmal in der Themse, manchmal an anderen Orten abgelegt. Dass sie aufrecht stehend und in das Innere ihres früheren Hauses blickend gesichtet wurden, war hingegen äußerst ungewöhnlich. Das war aber noch nicht alles, unterbrach mich Holmes, der die Geschichte offenbar vollständig kannte. Fahren Sie fort, Mrs. Lefebvre. Mein Mann war nicht alleine, erklärte sie immer noch weinend. Er wurde von einem großen, rothaarigen Mann begleitet, breite Schultern, einfache Kleidung. Der Fremde bewegte sich sehr viel agiler als Paul und, ich glaube, er lachte. Bonnie? entfuhr es mir. Entgeistert blickte ich zu Holmes. Aber das kann doch nicht sein. Wie ist das möglich? Leeren Sie die Tasse, mein Freund. Wir fahren zum Friedhof und begutachten die Gräber. Anschließend wandte er sich an Mrs. Lefebvre. Ich werde mich Ihres Falles annehmen. Keine Sorge, wir werden diesen ungeheuerlichen Vorfällen auf den Grund gehen. Das Grab sah noch aus, wie es Mrs. Lefebvre vorgefunden hatte, die Erde aufgewühlt, der Sarg aufgebrochen. Ein simples Holzkreuz, welches die Grabstätte geziert hatte, lag achtlos daneben. Blumen waren zur Seite geworfen worden. Holmes ging mehrfach um das Grab herum, bückte sich und zerbröselte etwas Erde zwischen den Fingern. Anschließend sprang er zu meiner Verwunderung in die Tiefe, um sich den Sarg aus der Nähe anschauen zu können. Er hob ein paar abgesplitterte Holzstücke hoch und steckte eines davon ein. Dann besah er sich das Tuch, riss ein Stück ab und steckte auch dieses ein. Zum Schluss nahm er das kleine Kissen, auf dem der Kopf des Toten geruht hatte, an sich. »Darf ich fragen, was Sie da tun?«, hörten wir plötzlich eine wütende Stimme rufen. Ich blickte mich um und sah einen Mann auf uns zueilen, in der Hand einen Spaten. Dem Aussehen nach zu urteilen, handelte es sich bei ihm um den Friedhofsverwalter. »Na wartet, euch werde ich helfen! Das wird euch teuer zu stehen kommen! Andere Leute Gräber schänden!«, rief er. Dann war er heran. »Mein guter Mann, mein Name ist Dr. John Watson und hier im Grab sehen Sie Mr. Sherlock Holmes. Wir wurden von der Witwe des verstorbenen Mr. Lefebvre mit Ermittlungen beauftragt.« »Holmes? Watson?« Der Verwalter ließ den Spaten sinken. »Das ist natürlich was anderes. Ich habe von Ihnen gehört. Tut mir leid, aber ich konnte ja nicht wissen, mit wem ich es zu tun habe. Mein Name ist Elliot Brown, Verwalter dieses schönen Totenackers.« »Kein Grund, sich zu entschuldigen,« rief Holmes liebenswürdig. »Wenn Sie mir hinaushelfen könnten.« Gemeinsam mit Brown kam ich Holmes bitte nach. Kurz darauf standen wir zu dritt vor dem geschändeten Grab. »Sie haben nichts bemerkt?«, erkundigte sich mein Freund beiläufig. Brown schüttelte missmutig den Kopf. »Kamen, als ich schlief,« sagte er. »Als ich zum Friedhof kam, hatte Mr. Lefebvre die ganze Misere längst bemerkt. Die Polizisten liefen hier rum, einer von ihnen schrie mich an, als ob ich auch nachts auf die Toten aufpassen müsse. »Danke für Ihre Hilfe,« sagte Holmes, während er mir ein Zeichen gab. Dann hielt er noch einmal inne. »Sagen Sie, ist dies das einzige geschändete Grab?« Brown lachte freudlos. »Wäre schön.« »Nein, vor ein paar Tagen haben Sie noch eins aufgebrochen, etwas weiter nördlich.« Er senkte die Stimme. »Das Grab eines Gehängten,« wisperte er dabei. Mir wurde flau im Magen. »Aber doch nicht etwa das Grab von Leroy Bonny?«, rief ich aus. »Doch, genau von dem,« bestätigte Brown meine schlimmsten Befürchtungen. »Genau, ganz genau von dem, war eine noch größere Sache, wurde aber unter den Teppich gekehrt, hab nie was davon gehört, auch nicht in dem Pub, in dem ich hin und wieder eintrinke. Musste der Polizei versprechen, die Schnauze zu halten, hab ich auch gemacht.« »Könnten wir uns dieses Grab ebenfalls anschauen?«, bat Holmes, ohne seinen liebenswürdigen Ton zu verlieren. »Ist wieder zu. Liegt zwar keiner drin, aber die Polizei zwang mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Sieht hübsch aus. Ohne Leiche, aber hübsch.« Ich konnte Holmes ansehen, wie sehr ihn dies ärgerte. Wichtige Spuren waren zerstört worden. »Betrüblich«, sagte er nur, nickte Brown zu und ging davon. Mrs. Lefebvre hatte das Arbeitszimmer ihres Mannes unangetastet gelassen. Noch sei der Schmerz zu frisch, wie sie erklärt hatte, um etwas zu verändern. Vor allem im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse hatte sie es nicht gewagt, den Raum auch nur zu betreten. Für Holmes war dies ein Glücksfall, umso mehr, als dass er mir auf der Fahrt zum Haus, der Witwe anvertraut hatte, dass er hinter dem mysteriösen Tod und der noch mysteriöseren Auferstehung des armen Paul Lefebvre ein Verbrechen ungeheuerlichen Ausmaßes vermutete. Das Zimmer war klein, verfügte aber über das Notwendige. Ein abgewetzter Stuhl stand vor einem nahezu antik anmutenden Sekretär. Auf der Arbeitsplatte des Möbelstücks stand noch eine Tasse, in der Teereste zu sehen waren. Mehrere Papiere lagen auf einem Stapel, daneben ein Tintenfass und der dazugehörende Füllfederhalter. Auf dem Boden lag eine Brille mit dünnem Gestell. Holmes hob sie auf und blickte kurz hindurch. Dann legte er sie auf den Sekretär. Anschließend besah er sich einen Umschlag, der ebenso zu Boden geglitten war wie der dazugehörige Brief, nur das letzterer zudem zerknautscht war. Holmes nahm seine Lupe zur Hand, die er wie stets in der Tasche seines Mantels mit sich trug, ging in die Hocke und besah sich den Teppich durch das Vergrößerungsglas. Schließlich tupfte er auf die Fasern und verrieb, was immer er gefunden hatte, zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann roch er vorsichtig daran, ehe er die Zunge ausstreckte und kostete. Nachdem er den Boden inspiziert hatte, besah er sich Umschlag und Brief mit der Lupe, steckte beides ein und richtete sich wieder auf. Höchst bemerkenswert, ließ er mich wissen. Leider blieb dies vorerst der einzige Kommentar, den Holmes machte, denn er begann, die Unterlagen auf dem Sekretär durchzugehen. Briefe, Rechnungen und Einladungen wanderten auf einen Stapel. Schließlich aber verharrte er und las ein Schriftstück genauer. Dann nickte er, als habe er nichts anderes erwartet, und steckte es ein. Nachdem er die Unterlagen vollständig gesichtet hatte, wandte er sich um und blickte mich ernst an. Das, mein lieber Watson, dürfte eines der bizarrsten, ruchlosesten und bemerkenswertesten Verbrechen sein, dem wir je nachgegangen sind. Und ich fürchte, wir haben doch nicht einmal den vollen Umfang erfasst. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Holmes sparte in der Regel mit solchen Aussagen. Wenn er dem Fall eine solche Dimension beimaß, musste es sehr ernst sein. Was wissen Sie über das Phänomen des Scheintods? fragte mein Freund, während wir zurück zur Baker Street fuhren. Ich muss zugeben, dass diese Frage nicht überraschend kam. Ein dem Grabe entstiegener Mensch lässt einen Mediziner automatisch in diese Richtung denken, auch wenn das Verhalten von Mr. Lefebvre nicht typisch war für das, was ich bislang darüber gelesen hatte. Nun, das ist ein komplexes Thema, erwiderte ich vorsichtig. Die Angst der Menschen, lebendig begraben zu werden und dem Grab einen grausamen Tod zu sterben, ist weit verbreitet. Einst ließen sich die Menschen erst nach Ablauf einer gewissen Frist beisetzen. Sie verfügten, dass man ihnen die Pulsadern öffnen oder einen Dolch ins Herz rammen sollte, ehe man sie begrub. Auch wurden Glocken oder Sprechrohre auf Gräbern angebracht, damit sich die aus dem todesähnlichen Schlaf erwachten bemerkbar machen konnten. Holmes blickte mich aufmerksam an. Fahren Sie fort, Woodson. Dies so deucht mir berührt Ihre Profession auf eklatante Weise. Viele Ärzte glauben heute nicht mehr, dass ein Mensch tatsächlich scheintot sein kann und lebendig begraben wird. Vor der Bestattung liegen die Toten eine Weile in Leichenschauhäusern und mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein Mensch dort erwacht sei. Im Gegenteil, dort treten all die Anzeichen ein, die für einen tatsächlichen Tod sprechen. Aber heißt es nicht, man habe schon Leichen in Särgen gefunden, die eindeutig nach ihrer Bestattung erwachten, am Sarg kratzten oder mit verrenkten Gliedern in der Leichenkiste lagen? wandte Holmes ein. Ich stimmte ihm zu. Früher mochte das Vorkommen, ja, damals war die Medizin nicht so weit entwickelt wie heute, und es gab die Leichenschauhäuser nicht. Einst prüfte man mit einem Spiegel, ob ein Mensch noch lebte oder nicht, oder man stellte ein Glas Wasser auf seinen Brustkorb, um kleinste Bewegungen wahrzunehmen. Auch stach man den Leichen in den Fuß, um durch Schmerzreize ein Erwachen herbeizuführen. Aber heute sind unsere Stethoskope doch sehr viel besser, wir können auch kleinste Geräusche im Brustkorb wahrnehmen. Ich dachte kurz nach. Zudem mag nicht jede Bewegung der Leiche im Sarg auf ein Erwachen zurückzuführen sein. Menschen verlieren während der Verwesung Körperflüssigkeiten, Muskeln und Bänder ziehen sich zusammen, Arme werden angehoben. Holmes lehnte sich zurück, ehe er die für ihn wohl entscheidende Frage stellte. Wenn ich sie richtig verstehe, würde einem Arzt ein todesähnlicher Schlaf heute auffallen. Ich nickte. Dessen bin ich mir sicher, Holmes, zumindest dann, wenn es sich um einen guten Mediziner handelt und es keine ungewöhnlichen Umstände gibt, die mir nicht bekannt sind. Danke, Watson, das war sehr aufschlussreich, ließ mich Holmes wissen und verfiel in dumpfes Brüten. Dabei blieb es, bis wir die Baker Street erreichten. Dort verabschiedete er sich mit der Bitte, ich möge am nächsten Abend bei ihm vorbeischauen. Dann, so meinte er, habe er vielleicht etwas mehr. Ich nutzte die Droschke, um zu meiner Wohnung zu fahren. Dabei fragte ich mich, was Holmes in dem Arbeitszimmer des unglücklichen Mr. Lefebvre gefunden hatte. Der Fall war überaus mysteriös. Mrs. Hudson hatte bereits das Abendessen serviert, als ich am folgenden Abend die Räume in der Baker Street betrat. Holmes stand am Fenster in der Hand seine Violine und schaute gedankenversunken hinaus. Dabei strich der Bogen sanft über die Seiten. Eine feine Melodie war zu hören. Lesen Sie, bat mich Holmes, ohne jedoch in meine Richtung zu blicken. Der Brief auf dem Tisch. Ein brauner Umschlag lag neben dem Teller für die Suppe. Ich klappte ihn auf, entnahm ihm einen Bogen mit gefaltetem Papier und klappte es auf. Grauer Staub klebte auf der Innenseite, sodass ich diesen erst beiseite pusten musste, ehe ich die Zeilen lesen konnte. Eine kleine Wolke stieg auf, drang mir in die Nase und ließ mich niesen. Dann las ich die Worte. Danke, dass Sie an meinem kleinen Experiment teilgenommen haben. Also wirklich, Holmes, rief ich empört und nieste erneut. Mich mit Staub zu traktieren, musste das denn sein? Nun wandte sich mein Freund um und ließ die Violine sinken. Ich versichere Ihnen, dass dies kein perfider Scherz auf Ihre Kosten sein sollte, rief er dabei. Es war, wie ich schrieb, ein Experiment und es hat mit dem aktuellen Fall zu tun. Sie haben mir mal wieder einen großen Dienst erwiesen und nun lassen Sie uns essen. Damit legte er die Stradivari beiseite und nahm mir gegenüber Platz. Sie haben vermutlich kein Interesse daran, mich aufzuklären? Fragte ich noch immer ein wenig indigniert. Noch nicht, mein lieber Watson, aber ich möchte Sie warnen. Es kann sein, dass wir in Kürze aufbrechen müssen. Ich habe heute Dinge erfahren, die rasches Handeln unerlässlich machen könnten. Hätte ich meinen Revolver mitnehmen sollen? Fragte ich erstaunt. Das wäre gut gewesen. Leider konnte ich Sie nicht mehr rechtzeitig informieren, denn die Dinge haben sich rasch entwickelt. Nun, es wird auch so gehen, denn ich werde meine Waffe auf jeden Fall einstecken. Und Sie haben Ihren Stock, erwiderte er zögerlich. Mir war ein wenig mulmig zumute, wie ich zugeben muss. Holmes hatte von großen Dimensionen gesprochen. Was also erwartete uns? Mussten wir tatsächlich noch bei Dunkelheit hinaus? Schweigend aßen wir das Dinner, welches Mrs. Hudson einmal mehr meisterlich zubereitet hatte. Dabei bemühte ich mich sehr, keinen Fleck auf meine Kleidung kommen zu lassen. Nicht nur, dass es unschicklich gewesen wäre, mit beschmutzter Kleidung das Haus zu verlassen. Nein, ich fürchtete auch um mein Jackett, dem unser Mädchen bereits einmal zugesetzt hatte. Sie machen Fortschritte, was die Kunst des Violinspiels anbelangt, bemerkte ich während des Desserts. Ihr Spiel klingt sehr viel harmonischer als noch vor einigen Monaten. Holmes schenkte mir einen verärgerten Blick. Seiner Meinung nach hätte er das Instrument längst meisterlich beherrschen müssen. Dass dies nicht der Fall war, irritierte ihn zunehmend. Obgleich auch er inzwischen erkannt haben musste, dass Logik und Geisteskraft bei ihm in höchstem Maße ausgebildet, nicht zwangsläufig auch zu perfektem Violinspiel führte. Die Uhr schlug bereits neun, als heftig geläutet wurde. Holmes sprang auf und griff nach seinem Mantel und dem bereitliegenden Hut. Es geht los, mein Freund, die Jagd beginnt! Auch ich kam in die Höhe und folgte ihm durch die Tür und die Treppe hinab. »Danke, Mrs. Hudson, das habe ich erwartet«, rief Holmes der guten Seele zu, die bereits an der Tür stand und den späten Besucher Rüde auf die vorgerückte Stunde hinwies. »So«, fragte sie erstaunt, »nun dann entschuldigen!« Damit wandte sie sich ab und nun konnte ich es sehen, dass dort niemand anderes als Wiggins stand, Anführer der Baker Street Irregulars. »Sie hatten recht«, rief der ein wenig zerlumpt wirkende Knabe, kaum dass er Holmes erblickte. »Wir verfolgen sie!« »Dann lass uns keine Zeit vertrödeln«, befahl Holmes und schob den Jungen beiseite und winkte eine Droschke heran. Wir fuhren zum Friedhof, auf dem sowohl Mr. Lefebvre als auch Bonnie beerdigt worden waren. Dort stiegen wir aus und beauftragten den Kutscher, auf uns zu warten, was auch geschehen würde. Anschließend begann die eigentliche Jagd. Jedoch betraten wir den Totenacker nicht, sondern eilten von dessen Haupttor ausgehend die Straße in nördliche Richtung davon, wobei wir uns mehr und mehr dem Hafenviertel näherten. Hin und wieder blieb Wiggins stehen und besah sich ein kleines mit Kreide auf die Wand gekritzeltes Strichmännchen, ehe er den weiteren Weg vorgab. Ein wenig erinnerte mich dieses Vorgehen an den Fall der tanzenden Männchen, aber dieser soll an anderer Stelle beschrieben werden. Die Gegend änderte sich mehr und mehr, je weiter wir liefen. Die Häuser wurden schmutziger, schlechter. Wir sahen einfache Handkarren in Eingängen stehen, die Kleidung der Passanten wurde einfacher, manche trugen schmutzige und zerschlissene Jacken und Hosen. Je näher wir dem Hafen kamen, um so deutlicher nahmen wir den Geruch von den Docks wahr. Dies war ein anderes, ein düstereres London. Nicht die Welt der Gentlemen und Ladies, nicht die Welt der Banken, der Geschäftsleute und der Bediensteten in sauberen, ordentlichen Anzügen und doch gehörte auch diese Welt zu London, zu Großbritannien, zum Empire, obwohl es manchen nicht gefiel. Wieder blieb Wiggins stehen und besah sich ein Männchen. Dann blickte er sich um. Wir müssen in die Seitenstraße einbiegen, wisperte er. Es ist nicht mehr weit, das Zeichen wurde nachträglich geändert. Langsam gingen wir weiter, darauf gefasst, jeden Moment unser Ziel zu erreichen. Schließlich sahen wir einige von Wiggins Freunden, die an der Wand eines Hauses lehnten. Wiggins eilte zu ihnen, ehe er zu uns zurückkehrte. Sie sind in den Hinterhof und von dort weiter in das Haus, müssten noch drin sein. Ein paar andere von uns stehen auf der anderen Seite und bewachen den eigentlichen Eingang. Sehr gut, wisperte Holmes, griff in seine Tasche und förderte einige Münzen zutage. Jetzt geht, ehe es gefährlich wird. Wiggins nahm das Geld entgegen und gab seinen Freunden ein Zeichen. Kurz darauf war von den Jungs nichts mehr zu sehen. Und nun leise, Watson, nicht, dass wir bemerkt werden, flüsterte mein Freund. Kommen Sie. Wir schlichen durch den Hinterhof, erreichten das fragliche Gebäude und blieben vor einem Fenster stehen. Holmes stellte sich auf die Zehenspitzen und lugte vorsichtig durch das Glas ins Innere. Eine Weile betrachtete er die Szene, die sich ihm darin bot, dann duckte er sich plötzlich weg. Sie sind da drinnen, schauen Sie selbst, zischte er mir zu. Ich tat es ihm gleich. Was ich sah, ließ meinen Atem stocken. Dort, in einem kleinen, schäbigen Raum, stand Bonnie. Neben ihm kauerten zwei verwahrloste Männer an der Wand. Ihre Kleidung war über und über mit Erde beschmutzt, in einer Ecke lehnte ein Spaten. Wirklich erschreckend war jedoch der Anblick einer Leiche. Ein Mann, um die fünfzig Jahre alt, mit wirrem Haar und bleicher Haut, lag auf einem Bett, unmittelbar vor dem Trio. Der Tote trug ein weißes Leichenhemd, seine Beine und Füße waren jedoch nackt. Bonnie sagte etwas zu seinen Kameraden. Leider durchdrangen die Stimmen nicht das Glas, sodass ich die Worte nicht verstand. Aber das war auch nicht weiter wichtig, denn plötzlich geschah etwas anderes, was meine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Der Tote öffnete die Augen und richtete sich auf. Ich gestehe, ein Schrei des Schreckens entfloh meinen Lippen. Er war so laut, dass die Männer im Zimmer auf uns aufmerksam wurden. Einer von ihnen stürzte aus dem Zimmer, ein anderer eilte zum Fenster. Es gelang Holmes und mir, in letzter Sekunde der Entdeckung zu entgehen. Eiligst flohen wir zu Unratkisten, kauerten uns nieder und warteten mit pochendem Herzen, was nun geschehen würde. Schritte erklangen in dem Hof. Sie verharrten, dann erklang eine tiefe Stimme. Drohende Worte wurden ausgestoßen, während die Schritte näher und näher kamen. Ich sah, dass Holmes in seine Tasche griff, um den Revolver zu ziehen. Auch ich umklammerte den Griff meines Stocks fester. Dann aber hörten wir weitere Schritte und Stimmen, darunter jene von Bonnie. »Wir verschwinden!« rief dieser mit rauer Stimme. »Los, pack mit an!« Sekundenlang war der Hof erfüllt von den Lauten mehrerer Schuhe auf gefrorenem Grund. Dann kehrte Stille ein. Zur Sicherheit warteten wir noch einen Augenblick, ehe wir uns erhoben. »Das war äußerst ungeschickt«, rügte mich Holmes. »Was in aller Welt ist geschehen?« »Ich fühlte mich unbehaglich.« »Der Tote richtete sich auf.« »Ich war so erschrocken, dass...« Mein Freund verzog das Gesicht. »Natürlich richtete er sich auf.« »Ich habe nichts anderes erwartet.« »Haben Sie den Mann erkannt?« »Bonnie?« wunderte ich mich. »Nein, den Toten!« Ich schüttelte den Kopf. »Haben Sie ihn erkannt?« Wollte ich dann wissen. »Nicht mit Sicherheit.« »Nun gut, mein lieber Watson, noch ist nicht alles verloren. Kehren Sie bitte zum Friedhof zurück und finden Sie das aufgebrochene Grab. Erruieren Sie, wer dort seine letzte Ruhe hätte finden sollen. Ich werde mich derweil in dem Haus umsehen und auf einen Hinweis hoffen. Der Fall steht kurz vor der Klärung.« Zerknirscht ließ ich meinen Freund zurück. Das aufgebrochene Grab zu finden war nicht schwer gewesen. Laut dem achtlos beiseite geworfenen Holzkreuz handelte es sich bei dem nun nicht mehr ganz so Toten um Mr. Trevor Macnail, geboren 1839, gestorben 1890. Ich betrachtete das Kreuz einen Moment und dachte nach. Der Name sagte mir etwas, aber mir wollte einfach nicht einfallen, was es mit ihm auf sich hatte. Diesmal stieg ich in die Droschke, um mir einen weiteren Fußmarsch zu ersparen. Auf dem Weg zurück sah ich einen Polizisten, der die Straßen entlang patrouillierte. Ich ließ anhalten und machte den Beamten auf die Grabschändung aufmerksam und auch darauf, dass mein Freund bereits an dem Fall arbeitete. Anschließend begab ich mich zurück zu jenem Haus, in dem wir Zeugen eines absonderlichen und gleichwohl ungeheuerlichen Vorfalls geworden waren. Holmes, so musste ich auf meinem Weg zurück konstatieren, hatte einmal mehr Recht behalten. Dies war ein Fall von höchst dramatischen Ausmaßen. Ich fand meinen Freund in jenem Raum, in dem es zu der seltsamen Auferstehung gekommen war. Er stand vor einem alten Schrank und besah sich verschiedene Fiolen im Innern. Eine davon reichte er mir. Was halten Sie davon, Watson? Ich nahm das Gefäß entgegen und versuchte, die bereits verblasste Aufschrift auf dem Etikett zu erkennen. Essenz Brugmansia, glaubte ich zu entziffern. Ein Extrakt der Engelstrompete. Manche benutzen solche Extrakte als Rauschmittel, aber sie können leicht schwere Nebenwirkungen entfalten. Bis hin zum Tode? fragte Holmes. Ich bejahte dies. Und dies hier? Wieder reichte mir Holmes eine Fiole mit grauem Pulver. Wieder hatte ich Mühe, die Schrift zu entziffern. Ich glaube, das heißt Tetraodontide, erklärte ich schließlich. Tut mir leid, Holmes, damit kann ich nichts anfangen. Er nickte und stellte die Flasche auf einen Tisch. Anschließend holte er einen Umschlag mit weißem Pulver hervor und reichte ihn mir. Das dürfte Ihnen bekannt sein. Nur ein Wort stand auf dem Umschlag. Antidot. Ich nickte und legte ihn zu der Flasche. Ich denke, wir haben alle Beweise, die wir brauchen, erklärte mein Freund zufrieden. Sie wissen, wer das jüngste Opfer dieser ruchlosen Gesellen ist. Ich nannte Holmes den Namen. Aber natürlich, Bonnys Anwalt, rief dieser. Dies fügt sich ins Bild, wie ich meine. Nun, da er es erwähnt hatte, war auch mir der Zusammenhang klar geworden. Offenbar trachtete Bonny nach Rache, wie auch immer er seiner Hinrichtung hatte entkommen können. Und was machen wir nun, wollte ich wissen. Ich werde einige Dinge vorbereiten müssen. In den frühen Morgenstunden setzen wir drei lausige Ganoven fest und befreien zwei unschuldige Männer aus deren Händen. Holmes bedeutete mir, die verschiedenen Fiolen und den Umschlag einzusammeln. »Sie wissen, wo wir die Männer finden?«, fragte ich erstaunt. Holmes nickte. »Ich hatte Zeit, nach entsprechenden Hinweisen zu suchen. Das Haus ist reich an Hinweisen. Sie sind so zahlreich, dass selbst Lestrade nicht umhin könnte, den Fall zu lösen.« Anschließend verließen wir das Haus, gingen zur Straße und stiegen in die noch immer wartende Droschke. Holmes fuhr in die Baker Street, ich hingegen erhielt den Auftrag, meinen Revolver zu holen. Mein Freund wollte den Fall so rasch wie möglich abschließen. Noch lag London in tiefer Dunkelheit, als wir mit der Droschke zu jener Adresse fuhren, die Holmes dem Kutscher genannt hatte. Zu meinem Erstaunen lag sie nicht einmal weit von jenem Haus entfernt, in dem wir aktiv geworden waren. Die Gegend verschlechterte sich zwar noch etwas mehr, der Geruch von den Docks wurde aufdringlicher, aber das konnte uns in dieser Nacht auch nicht mehr schrecken. Wer einmal eine Leiche von den Toten zurückkehren sah, mag die unwirtliche Umgebung einer Arbeitersiedlung als weitaus weniger bedrückend empfinden. Schließlich hieß Holmes den Kutscher, die Droschke zu stoppen. Wir stiegen aus und warteten auf eine zweite Droschke mit Polizisten. Keinesfalls, so hatte mir Holmes versichert, würde er ohne Hilfe der wackeren Beamten zuschlagen wollen. Vier stattliche Männer in Uniform entstiegen der typisch schwarzen Kutsche. Der fünfte im Bunde war Inspektor Lestrade persönlich. Der Gute wirkte ein wenig derangiert und verschlafen. Er gähnte herzhaft, ehe er an Holmes herantrat. »Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Einen Beamten, um seinen wohlverdienten Schlaf zu bringen, kann Sie an den Galgen bringen, Holmes. Der Richter wird ein Einsehen mit mir haben, replizierte mein Freund mit einem feinen Lächeln auf den Lippen. Kommen Sie!« Den Rest des Weges, es waren noch mehrere Yards, die wir zurücklegen mussten, schwiegen wir. Zudem befleißigten wir uns eines sehr leisen Gangs, um die Ganoven keinesfalls aufzuschrecken. Schließlich standen wir vor einem Haus, das eher einer Hütte glich. Einst mochte hier ein stattliches Gebäude gestanden haben, aber dies war abgebrochen worden. An seiner Stelle stand nun ein kleines Gebäude, dessen Fenster schmutzig und die Tür ein wenig windschief waren. Das Grundstück um das Haus herum bestand aus Lehm und Erdreich, ein Weg aus Steinen führte zum Eingang. »Reizend!«, knorrte Lestrade und gähnte wieder. »Und dort drinnen finden wir wen?« »Das werden Sie sehen, Inspektor, aber machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst.« Holmes deutete auf das Gebäude. »Stellen Sie zwei Ihrer Männer ab, die Rückseite zu bewachen, nicht, dass die Ganoven fliehen!« Lestrade nickte und gab seinen Männern ein Zeichen. Anschließend folgte er Holmes und mir zum Eingang des Hauses. »Auf drei!«, wisperte mein Freund. »Eins, zwei, drei!« Mit Schwung warf er sich gegen die ohnehin schwache Tür und schaffte es gleich beim ersten Versuch, diese aus dem Schloss springen zu lassen. Ein Knall wurde laut, als die Tür nach innen gestoßen wurde und gegen die Wand prallte. Wir hörten erschrockene Rufe. »Dafür werden wir hängen!«, schrie einer im wimmernden Tonfall. »Du sagtest uns, käme keiner auf die Schliche!« Holmes und ich stürzten voran, dicht gefolgt von den Beamten. »Nicht so schnell!«, hörten wir eine donnernde Stimme, die unverkennbar Bonnie gehörte. Holmes warf sich nach hinten und stieß uns dabei um. Keine Sekunde zu früh, denn schon krachte ein Schuss. Die Kugel hieb in die Wand hinter uns, während Glas splitterte. Dann erklang ein erstickter Schrei. Holmes hielt nun ebenfalls seinen Revolver in Händen. »Das Spiel ist aus, Bonnie! Ergeben Sie sich!« »Ich werde nicht hängen! Oh, nein!«, abermals erklangen Schüsse. Als Holmes und ich den fraglichen Raum erreichten, sahen wir, wie Bonnie bereits aus dem Fenster steigen wollte. Die Beamten, die Lestrade hinter das Haus beordert hatte, waren indes nicht zu sehen. »Nicht entkommen lassen!«, rief Holmes, musste sich aber dann in Sicherheit begeben, denn abermals schoss der ruchlose Ganova auf uns. Plötzlich aber tauchte einer der Beamten unmittelbar vor ihm auf und zog ihm mit dem Knüppel einen Scheitel. Bonnie, halb im Zimmer, halb im Freien hängend, erschlaffte und ließ die Waffe fallen. »Nun erst sah ich seine beiden Kumpane. Statt sich zu wehren, hatten sie sich in eine Ecke geflüchtet, um sich schließlich ohne Widerstand verhaften zu lassen. Gemeinsam wuchteten wir Bonnie ins Zimmer, setzten ihn auf einen Stuhl und brachten ihn mit kaltem Wasser zu Bewusstsein. Lestrade, der das Haus hatte durchsuchen lassen, kam schließlich mit zwei nur in weiße Hemden gekleidete Männer ins Zimmer, Mr. Trevor McNeil und Mr. Paul Lefebvre. Beide schienen teilnahmslos ja apathisch zu sein, weder sagten sie etwas noch zeigten sie irgendeine Regung. Bonnie erwachte stöhnend, blickte sich um und fixierte schließlich Holmes. »Sieh an, wen wir da haben, Sherlock Holmes!« »So ist es, Mr. Bonnie!« Holmes griff in seine Tasche und fischte einen Umschlag hervor. »Mr. Lenny Bonnie!« Der Angesprochene wandte sich verärgert ab. »Ein Zwillingsbruder?« rief ich aus und schlug mir gleichzeitig gegen die Stirn. »Aber ja, natürlich!« Holmes nickte. »So ist es. Er und sein Bruder heckten diesen kleinen Streich aus, um uns in die Irre zu führen, und Rache an jenen zu nehmen, die ihrer Meinung nach an der Hinrichtung von Leroy Bonnie die Schuld trugen. »Ist es nicht so?« Die Frage galt Bonnie. Dieser lachte höhnisch. »Ich sage gar nichts, Holmes! Findet auch raus, was geschehen ist!« Mein Freund blieb freundlich. »Oh, keine Sorge, das habe ich bereits. Sehen Sie, Mr. Bonnie, Sie werden sprechen, freiwillig oder nach einer Prise Ihrer eigenen Medizin.« Damit öffnete Holmes den Umschlag und ließ etwas graues Pulver auf die Hand rieseln. Die Augen des rothaarigen, stämmigen Mannes weiteten sich. Er drückte seinen Rücken gegen den Stuhl und hob abwehrend die Hände. »Bloß nicht! Nicht dieses Teufelszeug!« Holmes lächelte und ließ das Pulver in den Umschlag rieseln. »Wollen Sie uns nicht endlich aufklären?«, knurrte Lestrade. Mein Freund nickte. »Natürlich, lieber Inspektor, wie wir bereits feststellten, ist Mr. Lenny Bonnie der Zwillingsbruder des vor wenigen Wochen gehängten Leeroy Bonnie. Aber anders als dieser führte Lenny ein recht ordentliches Leben als Matrose auf hoher See. Es blieb nicht aus, dass er dabei auch mit den Kolonien in Übersee sowie den Sitten und Gebräuchen dort in Kontakt kam. Holmes hob den Umschlag an. Auf einer der Inseln traf er wohl auf einen aus Afrika stammenden Kult, bei dem Priester in der Lage sind, Menschen mittels eines Pulvers in den scheinbaren Zustand des Todes zu versetzen und sie mit einem Antidot wieder zu erwecken. Lenny Bonnie nickte hasserfüllt. »Ich las schon vor einiger Zeit davon. Edward McAllister, ein Master der Marine ihrer Majestät, schrieb in einem Buch über die seltsamen und furchteinflößenden Riten fremder Völker. In diesem Werk fand ich eine Beschreibung des entsprechenden Rituals und auch eine Aufzählung einiger Zutaten, welche die Priester für ihr Pulver verwenden. Zutaten, wie wir sie auch im Haus von Mr. Bonnie fanden. »Also das bezweckten sie mit ihrem Experiment«, rief ich aus. Mr. Bonnie schickte seinen Opfern das Pulver in einen Brief. Sie mussten es beiseite pusten und...« Holmes nickte, ehe er fortfuhr. »Nach einer Weile gruben Bonnie und seine Leute die vermeintlichen Leichen wieder aus und holten sie zurück ins Leben, auch wenn die armen Männer nur noch ein Schatten ihrer selbst sind und vielleicht niemals wieder am Leben teilnehmen können, so wie es McAllister beschrieb. Bonnie spuckte aus. »Sie haben es beide verdient. Lefebvre sorgte dafür, dass Winterbloom der Strecke erspart wurde. Und McNeil war ein unfähiger Verteidiger. Er versäumte es, die Rolle Winterblooms hervorzuheben, sodass mein Bruder sterben musste. Und sie...« Er schwieg wieder. »Ja, und wir sollten eine Nuss zu knacken bekommen, an der wir uns die Zähne ausbeißen. Daher haben Sie, Mr. Lefebvre, auch zu seinem eigenen Haus geführt. Sie wollten unbedingt, dass wir ermitteln. Wann ahnten Sie, dass es sich um einen Zwillingsbruder handelt?« Wollte ich wissen. »Schon auf dem Friedhof wurde mir klar, dass Mr. Lefebvre das Grab keinesfalls aus eigener Kraft verlassen hatte. Die Spuren belegten, dass er ausgegraben wurde. Leider waren die Spuren am Grab des Gehängten verwischt.« Holmes blickte dessen Bruder an. »Der Leichnam befindet sich wo?« Bonnie deutete mit dem Daumen in die Tiefe. »Nun erst entdeckten wir die Falltür, die unter einem Tisch hinab in einen Keller führte. Lestrade rieb sich die Hände.« »Was für eine Geschichte!« »Also dann, schaffen wir die Galgenvögel fort. Mal sehen, was der Rechter zu alledem sagt.« Holmes dehnte seine Glieder, ehe er den Umschlag achtlos auf den Tisch entleerte. »Aber das Gift!« hob ich an. »Der Staub aus der Baker Street ist grau, aber nicht giftig.« erwiderte Holmes verschmitzt. »Kommen Sie, alter Knabe! Wir haben uns ein Frühstück verdient, ehe wir uns zur Ruhe begeben.« Und so endete eine der absonderlichsten Fälle, die ich das Privileg hatte, miterleben zu dürfen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich sowohl Mr. McNeil als auch Mr. Lefebvre dank bester Pflege von den Anschlägen erholten, während weder Lenny Bonny noch seine Gehilfen die Bekanntschaft von Mr. Billington machen mussten. Der Drahtzieher wurde zu 20 Jahren verurteilt, seine beiden Kumpane zu je fünf Jahren Zwangsarbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hohi nahi jia rai, jia rau da sa ho Ehi aad me kati jini ghi aroke gmao soho leba Eso khi video kola pora noi har kei arawa koho leba Eso khi video kola pora noi har kei arawa koho leba Rokhi he na piao se a mejo di piyare se Bhedena chupai hatu kisa na iya arse Rokhi he na piao se a mejo di piyare se Bhedena chupai hatu kisa na iya arse Bhedena chupai hatu kisa na iya rauke gmao soho leba Eso khi video kola pora noi har kei arawa koho leba Eso khi video kola pora noi har kei arawa koho leba Ich berichtete von seiner abscheulichen Tat bereits im Zuge des mysteriösen Todes eines Politikers, denn kein anderer als Bonnie war es gewesen, der den armen Mr. Winterbloom erdolcht hatte. Der Drahtzieher des Mordes, ein gewisser Mr. Van Horn, war dem Galgen entkommen. Dank seiner deutschen Abstammung hatte sich das Kaiserreich für ihn eingesetzt. Ob es für ihn besser war, bis ans Ende seines Lebens in Newgate eingekerkert zu sein, sei dahingestellt. Der Gefängnisdirektor selbst geleitete uns zum Galgen. Der Henker an jenem Tag hieß James Billington. Wie alle seine Kollegen war auch er freischaffend. Manche von ihnen gingen einer weiteren regulären Beschäftigung nach, andere zogen durchs Land und boten ihre Dienste jedem Gefängnis an, das Hinrichtungen ausführte. Einige reisten hierzu sogar nach Irland. Billington galt als Nachfolger von James Barry in der Rolle des Chef-Hankers von Großbritannien und Irland. Ein gut gewachsener, kräftiger Mann mit wachen Augen und kühlem Verstand. Wir kannten einander von verschiedenen Begebenheiten und so war es nicht erstaunlich, dass er meine Hand ergriff und mich persönlich begrüßte. Schließlich blieb sein Blick an Holmes hängen. So lerne ich jenen Detektiv kennen, der mir einige Kundschaft beschert hat. Es ist mir eine Freude. Holmes ergriff die dargebotene Hand und zollte dem Mann mit wenigen Worten Respekt für seine noble, gleichwohl schauerliche Arbeit. Die Konversation kam zum Erliegen, denn die Uhr des Gefängnisses schlug neun. In London begannen Hinrichtungen stets zu dieser Uhrzeit, eine Tradition seit vielen Jahrhunderten. Aus dem Flur vor dem Galgen erklangen Laute, Schritte, Kommandos und das Klirren von Ketten. Kurz darauf wurde Bonnie in den engen Raum geführt. Die Wachen sorgten dafür, dass er auf der Falltüre zu stehen kam, ehe sie sich zurückzogen. Ein Geistlicher gesellte sich zu uns, ebenso der diensthabende Arzt. Auch ihn kannte ich gut, sodass wir einander freundlich zunickten. Ich nahm an, dass er mich im Anschluss zu einem kleinen Plausch laden würde. Bonnie blickte auf uns nieder. Noch hatte ihm Belinkten nicht die weiße Mütze übergestreift, sodass wir seinen ängstlichen, gleichwohl höhnischen Blick sehen konnten. Da ist er ja, der große Holmes, rief Bonnie, während der Geistliche ein leises Gebet anstimmte. Glaubt nicht, ich werde so einfach sterben. Oh nein, Holmes, so einfach ist das nicht. Er schwieg, als ihm Belinkten erst die Kappe, dann den Strick überstreifte und die Schlinge am Nacken zusammenzog. Ich komme wieder, Holmes, fuhr er anschließend fort. Ich komme wieder und dann... Die Falltür klappte auf, Bonnie fiel in die Tiefe und ein lautes Knacken war zu hören, als das Genick des Delinquenten brach. Beben durchliefen den sterbenden Leib, ehe er zur Ruhe kam. Minuten vergingen, ehe der Leichnam abgenommen wurde und der Gefängnisarzt den Tod feststellte. Offenbar, so ließ sich Holmes nun vernehmen, und es waren die ersten Worte seit der Hinrichtung, die er sprach, wird Mr. Bonnie nicht zurückkehren. Sein Tod war dank der vorzüglichen Arbeit von Mr. Billington eben doch ganz einfach. Die nächsten beiden Wochen vergingen, ohne dass sich etwas zutrug. Ja, fast schon schien es, als habe sich das Verbrechen in Londons Straßen und Häusern ebenfalls zur vorweihnachtlichen Ruhe begeben. Einladungen für die kommenden Feiertage trafen ein, Vorbereitungen mussten getroffen und Geschenke besorgt werden. Umso erstaunter war ich, als ich wenige Tage vor Weihnachten die Räume in der Baker Street 221 B betrat und dort nicht nur Holmes vorfand, sondern auch eine ältere, grauhaarige Dame, die in ihren Händen ein feuchtes Taschentuch drückte. Ihre Wangen waren ebenso gerötet wie ihre Augen, ihre Stimme klang leise und schwach. »Ach, mein lieber Watson, Sie könnten kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen,« rief mein Freund kaum, dass er mich wahrgenommen hatte. »Kommen Sie, kommen Sie und nehmen Sie Platz. Mrs. Hudson bringt Tee.« Ich nickte ihm zu. In der Tat hatte die gute Seele des Hauses bereits versprochen, mich entsprechend zu bewirten. »Dies hier, mein lieber Freund, ist Mrs. Lefebvre,« stellte mir Holmes, seine Besucherin, vor. »Sie suchte mich auf, da ihr weder die Polizei noch ihr Hausarzt helfen können, wie sie mir versicherte.« Anschließend blickte er Mrs. Lefebvre an. »Bitte haben Sie die Güte, noch einmal zu berichten. Mr. Watson hier ist Arzt und kann Ihren Fall sicherlich von medizinischer Sicht beurteilen.« Die Dame nickte, wartete aber, bis Mrs. Hudson Tee und Gebäck serviert hatte, ehe sie mit ihrer Geschichte begann. »Mein Mann, Paul Lefebvre, starb vor einigen Tagen. Er erlitt einen Herzanfall in seinem Arbeitszimmer. Unsere Bedienstete hörte seinen verzweifelten Todeskampf. Helfen konnte sie ihm jedoch nicht mehr. Auch unser sofort herbeigerufener Hausarzt vermochte nur noch, den Tod festzustellen.« Tränen rannen über Mrs. Lefebvres Wangen, während sie dies sagte. Ihre Stimme klang nun noch brüchiger. »Wir waren dreißig Jahre lang verheiratet, und nun, da er die Früchte seiner Arbeit hätte genießen können, starb er«, fuhr sie schluchzend fort. »Mein Beileid, Mrs. Lefebvre, es tut mir sehr leid, dies zu hören«, kondolierte ich ihr. »War Ihr Mann bereits krank gewesen?« Sie schüttelte den Kopf. »Fahren Sie fort, Mrs. Lefebvre«, bat Holmes. »Noch weiß Mr. Watson nicht, was sich in der folgenden Zeit ereignete.« »Wir begruben meinen Mann am Freitag letzter Woche. Es war eine kleine, bescheidene Feier. Drei Tage lang ruhte er in seinem Grab, aber dann«, sie wurde von heftigem Schluchzen geschüttelt, »aber dann«, hakte ich nach, »als ich den Friedhof betrat«, fuhr sie nach einigen Sekunden fort, »traute ich meinen Augen nicht, denn das Grab war aufgewühlt worden und der Sarg aufgebrochen und mein Mann fehlte.« »Er fehlte?«, hakte ich nach, »jemand hat den Leichnam Ihres Mannes gestohlen?« Mrs. Lefebvre schluchzte laut. »Das dachte ich auch, aber gestern stand mein Mann vor dem Salonfenster und starrte zu uns hinein. Unser Mädchen sah ihn zuerst, sie stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Auch ich erblickte ihn. Er stand dort in seinem Leichenhemd und starrte uns entgegen. Dann wandte er sich um und ging davon.« Erstaunt ließ ich die Tasse mit Tee sinken. Gewisses kam hin und wieder vor, dass Gräber geschändet und Leichen entwendet wurden. Obwohl es inzwischen Gesetze gab, die eine Sezierung von Leichen zu schulischen Zwecken gestattete, gab es doch einen gewissen Bedarf an Leichen. Zumal nicht jeder, der sich für die Anatomie interessierte, tatsächlich an einer Universität studierte. In der Regel verschwanden solche Leichen und tauchten irgendwann wieder auf, manchmal in der Thämse, manchmal an anderen Orten abgelegt. Dass sie aufrecht stehend und in das Innere ihres früheren Hauses blickend gesichtet wurden, war hingegen äußerst ungewöhnlich. »Das war aber noch nicht alles,« unterbrach mich Holmes, der die Geschichte offenbar vollständig kannte. »Fahren Sie fort, Mrs. Lefebvre.« »Mein Mann war nicht alleine,« erklärte sie immer noch weinend. »Er wurde von einem großen, rothaarigen Mann begleitet, breite Schultern, einfache Kleidung. Der Fremde bewegte sich sehr viel agiler als Paul, und ich glaube, er lachte.« »Bonnie?«, entfuhr es mir. Entgeistert blickte ich zu Holmes. »Aber das kann doch nicht sein. Wie ist das möglich?« »Leeren Sie die Tasse, mein Freund. Wir fahren zum Friedhof und begutachten die Gräber.« Anschließend wandte er sich an Mrs. Lefebvre. »Ich werde mich Ihres Falles annehmen. Keine Sorge, wir werden diesen ungeheuerlichen Vorfällen auf den Grund gehen.« Das Grab sah noch aus, wie es Mrs. Lefebvre vorgefunden hatte, die Erde aufgewühlt, der Sarg aufgebrochen. Ein simples Holzkreuz, welches die Grabstätte geziert hatte, lag achtlos daneben. Blumen waren zur Seite geworfen worden. Holmes ging mehrfach um das Grab herum, bückte sich und zerbröselte etwas Erde zwischen den Fingern. Anschließend sprang er zu meiner Verwunderung in die Tiefe, um sich den Sarg aus der Nähe anschauen zu können. Er hob ein paar abgesplitterte Holzstücke hoch und steckte eines davon ein. Dann besah er sich das Tuch, riss ein Stück ab und steckte auch dieses ein. Zum Schluss nahm er das kleine Kissen, auf dem der Kopf des Toten geruht hatte, an sich. »Darf ich fragen, was Sie da tun?«, hörten wir plötzlich eine wütende Stimme rufen. Ich blickte mich um und sah einen Mann auf uns zueilen, in der Hand einen Spaten. Dem Aussehen nach zu urteilen, handelte es sich bei ihm um den Friedhofsverwalter. »Na wartet, euch werde ich helfen. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Andere Leute Gräber schenden«, rief er. Dann war er heran. »Mein guter Mann, mein Name ist Dr. John Watson und hier im Grab sehen Sie Mr. Sherlock Holmes. Wir wurden von der Witwe des verstorbenen Mr. Lefebvre mit Ermittlungen beauftragt.« »Holmes? Watson?« Der Verwalter ließ den Spaten sinken. »Das ist natürlich was anderes. Ich habe von Ihnen gehört. Tut mir leid, aber ich konnte ja nicht wissen, mit wem ich es zu tun habe. Mein Name ist Elliot Brown, Verwalter dieses schönen Totenackers.« »Kein Grund, sich zu entschuldigen«, rief Holmes liebenswürdig. »Wenn Sie mir hinaushelfen könnten?« Gemeinsam mit Brown kam ich Holmes bitte nach. Kurz darauf standen wir zu dritt. vor dem geschändeten Grab. »Sie haben nichts bemerkt«, erkundigte sich mein Freund beiläufig. Brown schüttelte missmutig den Kopf. »Kamen, als ich schlief«, sagte er. »Als ich zum Friedhof kam, hatte Mrs. Lefebvre die ganze Misere längst bemerkt. Die Polizisten liefen hier rum. Einer von ihnen schrie mich an, als ob ich auch nachts auf die Toten aufpassen müsse.« »Danke für Ihre Hilfe«, sagte Holmes, während er mir ein Zeichen gab. Dann hielt er noch einmal inne. »Sagen Sie, ist dies das einzige geschändete Grab?« Brown lachte freudlos. »Wäre schön. Nein, vor ein paar Tagen haben Sie noch eins aufgebrochen, etwas weiter nördlich.« Er senkte die Stimme. »Das Grab eines Gehängten«, wisperte er dabei. Mir wurde flau im Magen. »Aber doch nicht etwa das Grab von Leroy Bonny?«, rief ich aus. »Doch, genau von dem«, bestätigte Brown meine schlimmsten Befürchtungen. »Genau, ganz genau von dem«, war eine noch größere Sache, wurde aber unter den Teppich gekehrt, hab nie was davon gehört. Auch nicht in dem Pub, in dem ich hin und wieder einen trinke. Musste der Polizei versprechen, die Schnauze zu halten. Hab ich auch gemacht. »Könnten wir uns dieses Grab ebenfalls anschauen?«, bat Holmes, ohne seinen liebenswürdigen Ton zu verlieren. »Ist wieder zu. Liegt zwar keiner drin, aber die Polizei zwang mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Sieht hübsch aus. Ohne Leiche, aber hübsch.« Ich konnte Holmes ansehen, wie sehr ihn dies ärgerte. Wichtige Spuren waren zerstört worden. »Betrüblich«, sagte er nur, nickte Brown zu und ging davon. Mrs. Lefebvre hatte das Arbeitszimmer ihres Mannes unangetastet gelassen. Noch sei der Schmerz zu frisch, wie sie erklärt hatte, um etwas zu verändern. Vor allem im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse hatte sie es nicht gewagt, den Raum auch nur zu betreten. Für Holmes war dies ein Glücksfall, umso mehr, als dass er mir auf der Fahrt zum Haus der Witwe anvertraut hatte, dass er hinter dem mysteriösen Tod und der noch mysteriöseren Auferstehung des armen Paul Lefebvre ein Verbrechen ungeheuerlichen Ausmaßes vermutete. Das Zimmer war klein, verfügte aber über das Notwendige. Ein abgewetzter Stuhl stand vor einem nahezu antik anmutenden Sekretär. Auf der Arbeitsplatte des Möbelstücks stand noch eine Tasse, in der Teereste zu sehen waren. Mehrere Papiere lagen auf einem Stapel, daneben ein Tintenfass und der dazugehörende Füllfederhalter. Auf dem Boden lag eine Brille mit dünnem Gestell. Holmes hob sie auf und blickte kurz hindurch, dann legte er sie auf den Sekretär. Anschließend besah er sich einen Umschlag, der ebenso zu Boden geglitten war wie der dazugehörige Brief, nur das letzterer zudem zerknautscht war. Holmes nahm seine Lupe zur Hand, die er wie stets in der Tasche seines Mantels mit sich trug, ging in die Hocke und besah sich den Teppich durch das Vergrößerungsglas. Schließlich tupfte er auf die Fasern und verrieb, was immer er gefunden hatte, zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann roch er vorsichtig daran, ehe er die Zunge ausstreckte und kostete. Nachdem er den Boden inspiziert hatte, besah er sich Umschlag und Brief mit der Lupe, steckte beides ein und richtete sich wieder auf. Höchst bemerkenswert, ließ er mich wissen. Leider blieb dies vorerst der einzige Kommentar, den Holmes machte, denn er begann, die Unterlagen auf dem Sekretär durchzugehen. Briefe, Rechnungen und Einladungen wanderten auf einen Stapel. Schließlich aber verharrte er und las ein Schriftstück genauer. Dann nickte er, als habe er nichts anderes erwartet, und steckte es ein. Nachdem er die Unterlagen vollständig gesichtet hatte, wandte er sich um und blickte mich ernst an. Das, mein lieber Watson, dürfte eines der bizarrsten, ruchlosesten und bemerkenswertesten Verbrechen sein, dem wir je nachgegangen sind. Und ich fürchte, wir haben doch nicht einmal den vollen Umfang erfasst. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Holmes sparte in der Regel mit solchen Aussagen. Wenn er dem Fall eine solche Dimension beimaß, musste es sehr ernst sein. Was wissen Sie über das Phänomen des Scheintods? fragte mein Freund, während wir zurück zur Baker Street fuhren. Ich muss zugeben, dass diese Frage nicht überraschend kam. Ein dem Grabe entstiegener Mensch lässt einen Mediziner automatisch in diese Richtung denken, auch wenn das Verhalten von Mr. Lefebvre nicht typisch war für das, was ich bislang darüber gelesen hatte. Nun, das ist ein komplexes Thema, erwiderte ich vorsichtig. Die Angst der Menschen, lebendig begraben zu werden und dem Grab einen grausamen Tod zu sterben, ist weit verbreitet. Einst ließen sich die Menschen erst nach Ablauf einer gewissen Frist beisetzen. Sie verfügten, dass man ihnen die Pulsadern öffnen oder einen Dolch ins Herz rammen sollte, ehe man sie begrub. Auch wurden Glocken oder Sprechrohre auf Gräbern angebracht, damit sich die aus dem todesähnlichen Schlaf erwachten bemerkbar machen konnten. Holmes blickte mich aufmerksam an. Fahren Sie fort, Woodson. Dies so deucht mir berührt Ihre Profession auf eklatante Weise. Viele Ärzte glauben heute nicht mehr, dass ein Mensch tatsächlich scheintot sein kann und lebendig begraben wird. Vor der Bestattung liegen die Toten eine Weile in Leichenschauhäusern und mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein Mensch dort erwacht sei. Gegenteil, dort treten all die Anzeichen ein, die für einen tatsächlichen Tod sprechen. Aber heißt es nicht, man habe schon Leichen in Särgen gefunden, die eindeutig nach ihrer Bestattung erwachten, am Sarg kratzten oder mit verrenkten Gliedern in der Leichenkiste lagen? Wandte Holmes ein. Ich stimmte ihm zu. Früher mochte das Vorkommen. Ja, damals war die Medizin nicht so weit entwickelt wie heute. Und es gab die Leichenschauhäuser nicht. Einst prüfte man mit einem Spiegel, ob ein Mensch noch lebte oder nicht, oder man stellte ein Glas Wasser auf seinen Brustkorb, um kleinste Bewegungen wahrzunehmen. Auch stach man den Leichen in den Fuß, um durch Schmerzreize ein Erwachen herbeizuführen. Aber heute sind unsere Stethoskope doch sehr viel besser. Wir können auch kleinste Geräusche im Brustkorb wahrnehmen. Ich dachte kurz nach. Zudem mag nicht jede Bewegung der Leiche im Sarg auf ein Erwachen zurückzuführen sein. Menschen verlieren während der Verwesung Körperflüssigkeiten. Muskeln und Bänder ziehen sich zusammen, Arme werden angehoben. Holmes lehnte sich zurück, ehe er die für ihn wohl entscheidende Frage stellte. Wenn ich sie richtig verstehe, würde einem Arzt ein todesähnlicher Schlaf heute auffallen. Ich nickte. Dessen bin ich mir sicher, Holmes, zumindest dann, wenn es sich um einen guten Mediziner handelt und es keine ungewöhnlichen Umstände gibt, die mir nicht bekannt sind. Danke, Watson, das war sehr aufschlussreich, ließ mich Holmes wissen und verfiel in dumpfes Brüten. Dabei blieb es, bis wir die Baker Street erreichten. Dort verabschiedete er sich mit der Bitte, ich möge am nächsten Abend bei ihm vorbeischauen. Dann, so meinte er, habe er vielleicht etwas mehr. Ich nutzte die Droschke, um zu meiner Wohnung zu fahren. Dabei fragte ich mich, was Holmes in dem Arbeitszimmer des unglücklichen Mr. Lefebvre gefunden hatte. Der Fall war überaus mysteriös. Mrs. Hudson hatte bereits das Abendessen serviert, als ich am folgenden Abend die Räume in der Baker Street betrat. Holmes stand am Fenster in der Hand seine Violine und schaute gedankenversunken hinaus. Dabei strich der Bogen sanft über die Seiten. Eine feine Melodie war zu hören. »Lesen Sie«, bat mich Holmes, ohne jedoch in meine Richtung zu blicken. »Der Brief auf dem Tisch.« Ein brauner Umschlag lag neben dem Teller für die Suppe. Ich klappte ihn auf, entnahm ihm einen Bogen mit gefaltetem Papier und klappte es auf. Grauer Staub klebte auf der Innenseite, sodass ich diesen erst beiseite pusten musste, ehe ich die Zeilen lesen konnte. Eine kleine Wolke stieg auf, drang mir in die Nase und ließ.